Nicht weit von der spanischen Treppe, in der Via del Corso 18, liegt die Casa de Goethe, ein kleines Museum mit regelmäßigen Ausstellungen in den ehemaligen Wohnräumen Goethes. 1786 kam Goethe in Rom an. Begeistert schrieb er am 1. November, ja, ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt. Kurz nach seiner Ankunft zog er in die Wohnung des Zeichners Johannes Tischbein am Corso ein. Goethe war von Rom fasziniert, vom Leben auf der Straße und vor allem von den Zeugnissen der Antike. Er liebte es, abends durch die Straßen zu spazieren. Italienische Reise Den 2. Februar 1787 Von der Schönheit im vollen Mondschein Rom zu durchgehen, hat man ohne es gesehen zu haben keinen Begriff. Alles Einzelne wird von den großen Massen des Lichts und Schattens verschlungen und nur die größten, allgemeinsten Bilder stellen sich dem Auge dar. Seit drei Tagen haben wir die hellsten und herrlichsten Nächte wohl und vollständig genossen. Einen vorzüglich schönen Anblick gewährt das Coliseo. Es wird nachts zugeschlossen. Ein Eremit wohnt darin an einem Kirchelchen und Bettler nisten in den verfallenen Gewölben. Sie hatten auf flachem Boden ein Feuer angelegt und eine stille Luft trieb den Rauch erst auf der Arena hin, dass der untere Teil der Ruinen bedeckt war und die ungeheuren Mauern obendrüber finster herausragten. Wir standen am Gitter und sahen dem Phänomen zu. Der Mond stand hoch und heiter. Nach und nach zog sich der Rauch durch die Wände, Lücken und Öffnungen. Ihn beleuchtete der Mond wie einen Nebel. Der Anblick war köstlich. So muss man das Pantheon, das Kapitol beleuchtet sehen, den Vorhof der Peterskirche und andere große Straßen und Plätze. Und so haben Sonne und Mond, eben wie der Menschengeist, hier ein ganz anderes Geschäft als anderer Orten. Hier, wo ihrem Blick ungeheure und doch gebildete Massen entgegenstehen. Vielen Dank. Vielen Dank.